hallo herzlich willkommen zu minecraft fantasia wir gucken auf schnelle eile mal was wir machen können könnte ja schon mal anfangen sachen für die grundgerätschaften weißt du oder ich bin am meisten arsch gefickt also lass es ja habe ich gar nicht gesagt und du kannst ich kann bestimmt von mir aber nicht erwarten dass ich samstag früh oder freitagabend noch eine folge aufnehmen das kannst du vergessen deshalb ziehe ich jetzt hier schnell durch dafür werde ich eine ganz schnelle folge ich werde heute auch nur fünf Minuten haben so du hattest doch schon erst irgendwie ach du hattest doch schon mal gechargete und jetzt drück ich mal einen kleinen tick vom entfernt kurz ich muss dann hier kurz mal was machen Ich habe es noch nicht mal geschafft Jogging zu bekommen, aber es soll es. Dann haben wir den noch raus. Vor allem, ich muss mich morgen früh hinstellen und die Schitte schneiden. Man hätte ja eher auf jeden Fall. Aber du wolltest streamen. Sorry, der hat so weiter rausgezuckert, als ich eigentlich wollte. Aber egal. Kriegst du vielleicht auch das Unnaturell? Ja, kannst du gleich kriegen, Mensch. Sorry, dass ich frage. Es ist kein Problem, kriegst du gleich. Ich will noch kurz ein Designed-Ding stellen lassen. Ja, das ist aber einfach. Warte, der hat sie nicht zu. So. So, dann muss ich gucken. Dann brauche ich dieses blöde Ding. Dafür brauche ich diesen Mist. Dafür brauche ich diese da. Also ich brauche das da. Und ich brauche klar... Haben wir da noch welche da? Okay, der Barrel. Achso, du hast den Barrel da mit auf der Seite. Zeichen. Ähm. Ich versuche das hier gerade mit Speedbox zu raten. Ich versuche das hier gerade mit Speedbox zu raten. So, das ist ja könnte. Ich versuche das hier und hier. Der wird das hier kommt jetzt. Ich brauche das. Da brauche ich. Da brauche ich jetzt. Ich brauche das. Und dafür brauche ich dann. Das da. Was für ein komisches Ding braucht es für ein Sponbar hier? Wer hat es für einen guten Kurs, ihr habt einen Kurs現在. Ich hab doch eine kursse. Ich weiß, was ich bin nur noch mit einem Kurs. Was ist das? ich dass du auch diesen ins kreiber bauen dafür brauche ich zwei stück die pissen sagt mir haben wir auch schon Das war die Bezahlung. Das war die Bezahlung. Das ist die Bezahlung. Oh, hier ist die Bezahlung. Da muss ich. Ich bin der Stech. das war gerade so ganz so weit sechs minuten du kannst wir ja wenn der martin drin da fast man glaubt mir von hinten mal diese ich habe vor uns eine bekommen ja wo hast du denn die erste nicht mit hier reingehaut ach ja jetzt habe ich sie mit der erste me-trailer gecraftet leider habe ich noch das problem dass es nicht automatisiert ich habe noch mal so und ich kann mich noch nicht mehr und oh was mir kommt cool so Und so, und so. So, dann Paul ist gesting. Ich denke, Paul ist gesting. Ich denke, Paul ist gesting. Ich denke, es geht nicht. Am ich fest, dass ich mich im Ausland sehr stoff. Ich denke, genau. Ganz schön. Ganz schön. Es hat noch mal die Hygeln. es geht voran mit dem und das er mir dann später auch woanders sind verband und dann wieder mit diesen ringen da arbeiten so dann baue ich ihn noch ein Teil da 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 Das war's für heute. Hast du mal ein Packet mit Wasser? Oh, noch was haben wir auch hier? Ja, mit Wasser hat ich hier. Schau ich ja Blumen jetzt mal drauf. So. Es mag nicht alles bei dir. Das hilft ja gerade nicht. Nein, kann ich natürlich auch machen. Dann halte ich mal hier hinten dran. Okay. Nein. Ja, also weiß aber ich wollte es auch nicht gehen darf noch. Das ist ja nur dieses Stücke. Ödland oder Kacken draußen. Ich muss glaube ich da nochmal eins machen. Reicht doch da. Oder nicht? Ich muss ja nur noch einmal was trinken. So, dann habe ich das. Sieben Prozent haben sie morgen schon mal gesammelt in der Kopf in der Zeit, ne? Ich habe einen Haufen Dinger, warte mal jetzt nochmal kurz gucken. Was brauche ich für die ASS Kaffee? Ja. Ja. Dafür brauche ich die Kalkulation. Kalkulation haben wir schon, oder was? Ne. Kalkulation ist also das Pferd. Auch gerade die wichtigsten Pferde. Kalkulation hat. Kalkulation ist noch nie. Da nehmen wir jetzt bei 30 Minuten. Oh, das ist gut. Ich mache jetzt noch eine letzte Kippe, ja? Ja. Du musst dann nicht erst noch rennen, oder? Nee, das war schon früh. Wenn ich das Moe früh nicht geschissen kriege, dann musst du es halt machen. Naja, du wirst doch mal reinkriegen, hochladen, dann ist er ja. Ja, soweit es herrlich schneiden und so, kann ich schon einen Renner in Auftrag geben, den kann ich ja dann auch schon. Aber den Rest musst du dann machen. Hm. Es ist wohl gerade ein Problem. Das Renner musst du auch kapieren. Nee, ich will dir ja nicht die ganze Arbeit geben. Ja, aber in der Woche wäre es nicht schlecht, wenn du das mit einem mal machst. Wieso? Du kannst es früh einsetzen und leg nach hoch. Du musst dann aber versuchen, dass ich um zwei Wochen einsehe. Hm. Hat ja wunderbar geklappt. Also die erste Folge. Ja, da kann ich nur nichts für. Ja, fehl bei Oprah. Kann doch gar keine Oprah drauf nehmen. Aber ist egal. Du kannst es aber auch irgendwo machen. Ne? Sozusagen das muss nicht unbedingt Oprah sein. Sowas hochgeladen wird. Oprah ist nur ein Stück schneller als Chrome. Ja, ich mache das. Aber ich mache das. 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 Warum hast du ja schon Paolo? Ja, ja. Ich habe das schon angebeidet. Bei den Youtube auch? Ja, ich habe das schon angebeidet. So. Dann wird sich die Folge auch langsam das Ende nähern. Sobald wir hier 64 erreicht sind, ist die Folge beendet. Wir werden auf Screen mal noch warten, dass die Dinger auch fertig bleiben. Wir sind jetzt schon bei 33 Prozent. Ich werde mich morgen reinmachen, wenn du auf Arbeit bist, die letzte Info. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Vielleicht habe ich auch Lust und Laune, dann nehme ich morgen noch eine Folge auf. Aber das kommt wirklich drauf an, ob ich Lust habe. Das ist das Problem. Weil der Tag ist anstrengend genug und danach noch auf Computer sitzen und irgendwas aufnehmen, ist noch ein bisschen derb für mich. Ja, aber Screen geht auch. Und das ist nicht weniger. Nee, Screen geht auch irgendwie. Klick und dann einfach mal nur noch geglauben lassen. Und noch dumm lauern, das ist nicht viel. Beim Aufnehmen von Folgen haben wir schon auf die Zeit achten, haben wir uns genau überlegen, was für eine Folge war. Das ist alles schon ein bisschen kompletterer. Wir sind 0,0,00 Minuten live und der Modellkort immer bei 13 Minuten. Und da ist ein paar Stunden. Das ist es, was wir mal sehen. Das ist es, was wir mal sehen. Ich kann halt gleich Zeit auf jemanden selbst. Wir sind nicht so viel. Was wir mal sehen? Das ist das Problem. Ich kann halt gleich Zeit auf jemanden selbst. Ich bin nicht so viel. ich zeichne euch jeden stream auf den wollte ich eigentlich dann schneiden und dann als der berater stream von heute zum beispiel nicht mit aufgenommen habe ich sagt wahrerweise mache ich das ja das dream war ich nur zum test gestartet eigentlich naja eher unerzüglich ich versuche gerade noch zu warten mit sicherheit ja verzeihung jetzt vielleicht noch 20 minuten mache ich will eigentlich nur bloß die siebs falsch gebacken kriegen und ob ich das jetzt auf screen laufen lassen oder wer nicht dabei bin ich ja egal also hier ist eine komische trinkflasche die in der küche ein bisschen hoch haben das macht sich ziemlich gut schön eiskalten erz hier rein wenn du nichts geht aber danach geht auf jeden fall alles und dieses komische crazy wolf alle das hat mich ja erst war ich total da unten da wo ich die berg hoch bin und dann bin ich fast die berg hoch nur gerast das war ja echt krank das so genau da denke ich habe eine bahn gezogen wie ich da unterwegs war komm mal haki jetzt na gut dann werde ich die folge hier beenden und wenn wir die nächste folge aufnehmen haki schon fertig in den tag dann sage ich jetzt tschauzi tschiesikowski und was noch dazu gut nacht gut nacht gut nacht gut mahlzeit keine ahnung und damit sind wir raus und auf wieder schauen ırıids huh huh hah ha ah Untertitelung des ZDF, 2020